Jetzt darf ich den Jugendchor Zederhaus auf die Bühne bieten. Wir haben ja seit kurzem einen Jugendchor Zederhaus, genau als wenn die Dirnda noch was selber bezühten. Geleitet durch den Jugendchor von der Ingrid Seifter. Sie ist eine geborene Kärntnerin, wohnt in Marriervoer und ich frage extra wegen unserem Jugendchor zur Probe alle Woche nach Zederhaus. Finde ich ganz, ganz super, dass Sie Dirnda ab 15 Jahren zur Verfügung stehen, dass Sie extra zur Probe kommen. Bitte geht's auch noch. Teilweise sind Sie ausmerksam in der Schule oder auch in der Arbeit und es ist gar nicht so einfach, dass Sie zum Proben zusammenkommen können. Ich habe gerade für die Katja, wo ist sie dann? Die Katja erzählt mir jetzt genau, als wenn es beim Jugendchor so abläuft. Bitte. Ja, also unseren Jugendchor, den gibt es jetzt circa ein Jahr. Wir sehen 15 Sängerinnen und die Ingrid ist dabei. Ja, wir haben jeden Freitag auch noch eine Probe im Landjugendraum. Wir singen eigentlich alles gehört auf die Bank. Angefangen von Volksmusik über Austropop bis hin zu englischen Liedern. Heute haben wir unseren zweiten Auftritt und ja, schauen wir mal. Wir singen einfach, weil es uns auch gefreut und weil die Gemeinschaft wichtig ist. Applaus 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 Vielen Dank.